Und damit herzlich willkommen zurück zu A Boy in Tispel-Op. Ja, wo war ein Schengling? Ich weiß nicht mehr, wir haben hier das Gelatt vollständig gemacht, genau. Jetzt hier drin das Licht an und aus machen. Moment, ich muss mal kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Ja, ich glaube, das ist gut so. So, wo müssen wir denn hin? Zwei, vier, sechs, acht, Nummer neun. Das ist nicht mehr so. Was haben wir denn hier? Den da? Schloss, Trampolin, Ballon. So, dann los. So, wir kriegen wir den Kollegen weg. Können wir da eigentlich auch mit dem hin? Na, schaffst du es hoch? Na, schaffst du es hoch? Hör auf! Aber ich bin ein Helt, ich weiß. Na, jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen. Hör auf! Scheint zu gehen mit dem Trampolin, äh, mit dem Wagen hier überhaupt. So, einmal da drunter. Ja, da hilft es mir gar nichts. Mal weiter hier. Oh, nee, das funktioniert nicht, okay. Gut, dann, Highlight Jonas. Oh, ja, nur ein Versuch, ne? Bob! Zack. Over here! Das müssen wir halt so machen. Okay. Okay. Hm, jetzt? Echt? Hey! Hm, hm, hm. Das hier spiel ich, ne? Weiß ich, geh! Beläure, hier kommen wir nicht hoch. Das hier! Mom! Hier! Mom! Mom! Okay, da ist scheinbar... Doch, hier ist was! Hey! Hier! 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 Was nehmen wir mit dem hier? Die Bücher bleibt noch hart. Ah, ist ja lustig, okay. Okay, so drücken wir keine Knöpfe. Ich verstehe, wir müssen halt den hier machen. Ja. Und jetzt, was passiert? Weiß man nicht, man sieht nichts. Hier ist schon mal ein Stein. Warte, wenn ich den da drauf schiebe... ... 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